UNTERTITELUNG 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 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. Applaus Goal for Poland, goal to Pumar Der Kopf, der Kopf! Kippo! 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 Es ist ein sehr schweres Spiel, ich denke ich, dass wir diesen Spiel haben, dass wir diesen Spiel haben, war viel fröhlicher als das Spiel mit der Hiszpanii war. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin sehr gut, ich bin der 5-4-1, die wir trainiert haben. Ich bin ein bisschen mehr, dass wir auf 4-4-2 gehen, das ist der, der wir sind, dass wir uns komplett auswählen haben, aber wir arbeiten können. Aber wenn wir mit dem Europen gewinnen, wenn wir in zwei Spiele gewinnen haben, dass wir in der ersten Spiele gewinnen haben, das mich sehr gefällt. Wir sehen uns, wie wir in der ersten Spiele gewinnen haben, weil wir uns in der ersten Spiele gewinnen haben, weil wir uns in den Minuten blokieren. Wir haben die gewinnen, die gewinnen, die in den Spiele gewinnen haben, aber es geht, um sich zu zeigen. Ich bin sehr froh, ich habe viel Material für die Analyse. Ich habe mich nicht darauf erwartet, dass es so aussieht. Vielen Dank! Ich bin sehr froh, ich bin sehr froh, ich bin sehr froh! Ich bin sehr froh!